Moin Moin und willkommen zu World of Tanks, auch White Park im Marder Zoo. Ja, ich muss gerade quasi alle Karten neu lernen. Mit dem TD ist das ja doch ein bisschen anders als mit einem normalen Kampfpanzer. Ob leicht, mittel, schwer, vollkommen wurscht. Da ist es immer die Frage, wo stelle ich mich denn hin? Man kann mit dem Panzer ja immer schlecht irgendwie um eine Häuserecke stehen und hervorkommen und schießen. Nein, man muss eine feste Position haben, von der aus man überleihen kann. Was sagt denn da drüben? Artillery? Ich sehe keine, ne? Ja, Kumpel, ich will hier nämlich hin. Entschuldige bitte. Ah, Gelegenheit verpasst. Ich dachte, er wollte sie mir nochmal bieten. Tut auf. Das war aber nett von ihm. Okay, was auch immer das war. Ich habe nicht getroffen. Ja. Ja, das Ärgerliche ist, egal von welchem Panzer ich hier einen reinkriege, ich bin quasi tot. Hm, das ist da vollkommen schnurz. Also okay, Eintreffer überlebe ich ja meistens, aber dann wollen wir mich auch nicht mehr zeigen. Okay, der Schuss ging ja sonst wohin. Das Nachland dauert viel zu lang. Okay, der Schuss flog auch sehr langsam. Okay, da fand ich nur noch raus, dass er rollt. Und darum kriege ich dann nochmal einen. Ups. Da kriege ich niemanden. Da ist die Suse. Okay. Okay. Ja, da ist aber einer flitzig unterwegs. Ja, linke Seite ist jetzt... Ah, doch, einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Ja, ich wollte eigentlich die Deckung wegschießen, aber anscheinend ging es auch noch darüber. Ups. Ich frage mich, warum ich da keinen von sehe. Ach, der blaue Bereich ist mein Sichtbereich, glaube ich, ne? Also der blaue Kreis. Ach, das ist ja auch eine ganz andere Seite. Ich konzentriere mich auf die vollkommen falsche Seite auf meiner Minimap. Dass ich das nicht so ein Tellerle nennen kann, ne? Nicht so klug. K-L-U-K. Aber ich glaube, hier jetzt stehen bleiben, das bringt mir nämlich auch nichts. Deswegen fahre ich mal. Oh, oh, oh. Jetzt würde ich gerne in die... ...Deckung der Gebäude. Boah. Gerade zu ihm. Ja, ich weiß, hinter mir schießt jemand. So, die vermeintliche Sicherheit, die nicht wirklich sicher ist. So, ein Typ 95 war da hinten auf jeden Fall noch. Der Hetzer steht am Startpunkt, glaube ich, noch rum, oder? Ja, jetzt sind wir zwei TDs hier. Und wir haben noch einen Panzer 38 irgendwo hinter mir. Willst du mal rüberfahren, ein bisschen was aufklären? Ja, ich weiß, da ist ein Feindpanzer, aber ich möchte da nicht hin. Soll ich für dich aufklären gehen? Wäre dir das lieber, Panzer 38. So, ich guck hier mal durch die Mauer. So. Jo, da war der Hätte. Ach, da hinten. Da hinten. Ich fand nämlich, wo die Schüsse herkamen. Eben dieses Piff, Piff, was man nebenbei hörte. Ja, du hast das jetzt rausreißen. Und das kannst du auch. Och, fahr doch. Oh, ja. War klar. Na ja. Wenigstens kein Gefecht, wo wir 4 zu 15 verlieren oder so. Ja. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.